Der nächste Comic-Vivi-NFT-Drop, der möglicherweise auch beim weiteren Gray ist, erscheint auf Vivi, den schauen wir uns ganz genau an. Außerdem wird das erste Zorro-NFT droppen, wann und von wem, das klären wir unter anderem auch auf. Und wir schauen uns auf jeden Fall an, was es mit Amazon und NFTs auf sich hat. Das und sehr viel mehr heute in diesem Video. Willkommen on board, ich bin es dein Captain, dein Vivi OG mit dem wichtigsten Vivi News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Deswegen würde ich sagen, starten wir heute an dieser Stelle direkt ran ins Video. Wenn dir aber natürlich mein Content gefällt und du in Zukunft nichts mehr verpassen möchtest, dann abonniere auf jeden Fall unbedingt meinen Kanal. So verpasst du definitiv kein weiteres Video mehr von mir. Jetzt würde ich aber sagen, viel Spaß mit dem gesamten Video. Und ich würde sagen, starten wir an dieser Stelle mit dem nächsten Comic-Drop und zwar nämlich X-Men 101. Und das Ganze wird am Donnerstag um 17.00 Uhr in der deutschen Zeit droppen. Natürlich wie immer mit exklusiven Rare- und auch Ultra-Covern. An dieser Stelle sehen wir hier die First Appearance of Phoenix. Eine Darstellerin, die wir hier auf dem Cover auch einmal sehen, die auch relativ häufig vorkommt. Das sind außerdem hier einmal die Cover, die wir insgesamt sehen werden. Das Comic ist außerdem ein sehr beliebtes Comic unter X-Men-Fans und ist tatsächlich auch vom Preislichen nicht allzu schlecht aufgestellt. Eine 9.8 wurde hier zuletzt für 6.500 verkauft. Ich habe auch gesehen, dass Preise teilweise bis 9.000 hoch gingen. Was man hier aber definitiv berücksichtigen sollte, dass es hier sehr viele Varianten gibt von diesen 9.8ern. Das heißt, es gibt einmal sehr, sehr viele Varianten mit einem guten Grade. Und dann ist der Preis eigentlich schon relativ hoch. Und es ist wie gesagt ein sehr beliebtes Comic außerdem. Das heißt, wir sprechen hier wirklich eigentlich von einem sehr, sehr guten Comic. Als nächstes schauen wir uns auf jeden Fall die News an des Tages. Und zwar wird es nämlich in Q3 2023 auf Vivi einen weiteren Dropgeben. Und zwar nämlich von Zorro. Für die Leute, die ihn jetzt nicht kennen, hier vielleicht mal ganz kurz ein Bild. Und wir schauen uns auch mal ganz kurz an, was der Ganze denn überhaupt ist. Zorro ist nämlich eine US-amerikanische Romanfigur, die 1919 erstmalig veröffentlicht wurde in einer Geschichte Rächer der Armen mit der schwarzen Maske. Und Umhang wurde seit den 1920er Jahren mehrfach verfilmt. Und dieser erscheint jetzt an dieser Stelle als Collectible in Q3 2023. Das Ganze ist hier in Kooperation mit LicenseWorks. Das ist tatsächlich eine indische Firma, die sich hier mit Lizenzierungen bzw. mit einem Lizenzprogramm beschäftigt und hier unter anderem für sehr große Unternehmen mitwirkt. Unter anderem haben sie zum Beispiel auch hier die Lizenz von Tarzan und auch von dem kleinen Prinz, die sich hier unter anderem wie gesagt mitverwalten. Also wir sprechen hier auf jeden Fall von einem sehr interessanten Unternehmen. Ich gehe auch davon aus, dass hier eine Kollabo zwischen Vivi und LicenseWorks besteht, um halt einfach natürlich Vivi an dieser Stelle auch mit Lizenzen und zu unterstützen. Denn wenn wir uns das Ganze mal hier anschauen, wer sind wir und was tun wir, lesen wir uns das Ganze einfach mal ganz kurz durch. LicenseWorks mit Hauptsitz in Guaghan. Indien ist eine Full-Service-Marken-Lizenzierungsagentur. Also im Prinzip perfekt das, was Vivi eigentlich braucht, die sich auf strategische Lizenzierungslösungen für führende internationale Marken spezialisiert hat. Außerdem, was tun sie direkt? Wir wissen, wie wichtig es ist, Marken bei der Auswahl der richtigen Art von Lizenznehmern zu unterstützen und ihnen bei der Verwaltung dieser Beziehungen zu helfen, damit sie ihre Einzelhandelspräsenz erweitern und das Image ihrer Marke verbessern und den Umsatz steigern können. Also hier im Prinzip wirklich etwas perfekt, was zu Vivi passt. Dementsprechend ist das auf jeden Fall wahrscheinlich eine weitere sehr positive Entwicklung, die wir hier sehen. Auch wenn es der indische Raum ist, aber nichtsdestotrotz sollte man da definitiv das Ganze nicht unterschätzen. Im Anschluss schauen wir uns einen Tweet an, beziehungsweise einen Thread an von DrDisRespect. Für die Leute, die nicht kennen, er ist ein Gaming-YouTuber mit über 4,2 Millionen Abonnenten auf YouTube. Unter anderem auf Twitter hat er auch nicht gerade wenig Abonnenten. Wir können uns das Ganze ja mal direkt hier anschauen. Der Gute hat nämlich auch hier auf Twitter 2,5 Millionen Follower. Also wir reden hier auf jeden Fall von einem wirklich sehr, sehr spannenden Charakter, der hier wirklich auch mal seine Meinung teilt. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal hier an dieser Stelle kurz übersetzen. Er schreibt hier, das Konzept digitaler Sammelstücke in einem Online-Spiel finde ich so spannend. Also er ist hier sehr positiv gegenüber NFTs bzw. Digital Collectibles eingestellt, was erstmal ein sehr positives Zeichen ist. Leute, die Scam und Axe sagen, sind nur hirntote Schlagzeilen-Follower. Das heißt, er meint wahrscheinlich damit Leute, die einfach halt jeder Schlagzeile bzw. jeder Zeitungsartikel irgendwie glauben. Und hier auf jeden Fall einfach hirntot folgen. Dieselben Leute, die eine Tonne für Skins für ein jährlich erscheinendes Spiel ausgeben. Das heißt im Prinzip sehr viel Geld für ein, ja zum Beispiel Spiel wie FIFA ausgeben. Dann kommt das nächste Spiel, dort geben sie wieder eine Tonne von Geld aus und so weiter und so fort. Die gleichen Skins hat auch jeder und das ist natürlich an dieser Stelle wirklich dieser Punkt mit den NFTs, dass halt wirklich bei NFTs das Ganze einzigartig ist und du es halt wirklich auch dann, ja, mehr oder weniger einzigartig hast. Diesen Spieler zum Beispiel oder diesen Skin und es haben dann vielleicht noch 5000 andere diesen Skin, aber halt auch mehr nicht. Und ja, für mich persönlich auf jeden Fall eine sehr interessante Entwicklung hier, was in der Gaming-Industrie dann auch passieren wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wo das Ganze noch hingehen wird und werde euch natürlich hier über das Ganze auch auf dem Laufenden halten. Und ansonsten, ja, Amazon wird sehr wahrscheinlich hier auch bald ihren Marktplatz für NFTs launchen. Ich persönlich finde das auf jeden Fall sehr, sehr positiv und schauen wir uns auf jeden Fall mal ganz kurz diesen Artikel an. Und zwar wird nämlich hier geschrieben, dass Amazon am 24. April ihre Plattform launchen wird. Das Ganze ist aber ein bisschen problematisch für uns Europäer, denn das Ganze wird erstmal nur in den USA veröffentlicht werden. Dann aber natürlich auch auf weitere Regionen der Welt. Aber es werden auf jeden Fall am Anfang 15 Kollektionen hier verkauft werden, beziehungsweise angeboten werden auf dem Marktplatz. Und Amazon wird dann wahrscheinlich einfach schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Natürlich auch auf technischer Ebene, wie sie das Ganze bewältigen können und so weiter und so fort. Ist auf jeden Fall eine sehr spannende Entwicklung und ein weiterer Big Player, der hier ins Thema NFTs einsteigt. Und das war es an dieser Stelle auch schon mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich natürlich wie immer riesig bei dir fürs Zusehen und wünsche dir noch einen wunderschönen Morgen, Mittag und Abend. Bis dann, der Käpt'n. Ciao, ciao.